Kann. Ah, ja. Ui. Was ist das? Ich brauche auch nicht viel Munition. Ah, was war das denn jetzt schon wieder? Das braucht eben nicht. Schnappst du bitte mal? Ach, das Ding. Ja, richtig. Okay. Dich tötet, dich lasse ich ganz. Tür aktiviert. Voll die stylische Animation. Bin richtig beeindruckt. Und flasht mich voll weg. Stress oder was? Ja, wie leer. Hat eben jetzt gerade in dem kleinen Fenster gesehen, wie sie die Tür öffnet. Sehr beeindruckend. Full Power Level. Gibt es auch für einen Laser? Gibt es da noch mehr Laser Power Level? Zehn Strahlen. Kennt ihr das, wenn ihr von einem Decken hängenden Panzer erschossen werdet? Schon aufbleiben. Ha, ha, ha. Ihr habt doch keine Chance. Gegen meinen Laser. Gegen meinen Laser. Ich habe nämlich einen Laser. Weil Laser wird ja mit Punkten zwischendurch geschrieben. Na klar. Ergibt Sinn, was du sagst. Ich höre dir gar nicht zu. Mir gefällt die Waffe. Man sieht wenigstens mal, wohin man schießt. Lustig. Das ist nicht so lustig. Und tschüss. Jetzt müssen wir noch entscheiden durch... Ja, ich habe sechs Leben. Wo habe ich die denn her... Ich glaube, mich geschießt. Irgendwas kann das sein? Ah! Sie verliert die ganze Zeit Energie. Naja, es heißt dran. Kann man die Dinger zerstören? Wohl eher auch nicht. Hm? Einmal in der Mitte, dann rechts. Dann fliege ich ganz schnell durch. Na, ist der Stress, Kleiner. Pse. Ob ihr mich stoppen könntet. Ich habe hier eine Chance gegen meinen Laser. Das Ding ist unfair. Auch es... Dammt es hält Stand. Ist auch ein größerer Laser. Halt die Fresse. Einen größeren Laser. Ein Laser Level 6. Na komm. Hahaha. Oh, da ist schön hell in dem Raum. Ich mag helle Räume. Wissen wir alle. Außer Dämon. Der guckt mir diesen Zweiletsplayer nicht an, weil er so ein scheiß Arschloch ist. Das war unfair. Das darfst... Das darfst... Das darfst... Darfst du nicht. Das darfst nur ich. Habe ich ihn noch getötet? Sag mir bitte, dass ich ihn getötet habe. Sag mir bitte, dass mein Laser noch da ist. Was sagt er? Nein, er ist nicht tot. Oh, Fick dich. Fick dich nochmal. Oh, das ist sogar schon der Richtige. Sehr lustig. Ich glaube, er ist tot. Könnt mich auch täuschen. Ich täusche mich aber nicht. Ich täusche mich niemals. Reicht mein Laser überhaupt so weit? Ja, die Kugeln reichen auch so weit. Laser overheated? Der kann überheaten? Irgendwie stirbt das Ding nicht. Irgendwie fliege ich in die falsche Richtung. Ich versuch's mal wieder. Pulsar. Ich versuch's mal wieder. Pulsar und Ausschneider. Ich bin so witzig. Er schneidet schneller als ich. Ah, ich treffe ihn, wenn ich unten hinschieße. Ha, 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 ja. Schön, dass man auch eine gute Linie sieht, dass der Laser overheatzt. Also, die Anzeige, dass der Laser heiß wird, sieht man wirklich wunderbar. Ich bin so gut. Aber ich hoffe, man hat da vorne irgendwo einen geheimen Bereich entdeckt. Boah, guck mal, wie hinschieße ich. Oh. Sie sterben ja gar nicht mit einem Schuss. Ich sollte mich für den gegnerischen Laser auf meinen Laser schließen. Das ist ungesund. Habe ich denn da vorhin da die Secret Area entdeckt? Der kann doch... Von hinten kommt übrigens auch einer. Dann werden wir mal heimleuchten hören. Leuchten, leuchten, weil wegen Laser, ne? Der leuchtet. Voll lustig. Keine Ahnung. Wat weiß ich? Ja, lustig. Da schwöre ich die Slip-Anzeige wie vorhin. Aber ich bin nicht mehr da, wo ich vorhin war, oder? Hm. Nein, nein. Das passt schön. Enger, dunkler Gang. Welcher Mann ist nicht gerne noch im engen, dunklen Gang? Alter. Ist alles kaputt, Mann. Wir können fast meinen, dieser Planete ist verlassen und verseuchen. Als wenn hier ein Atomunfall oder sowas passiert wäre. Bin ich denn da? Ich bin da. Okay. Dann muss ich jetzt, muss ich jetzt da lang mich im Kreise drehen. als immer im Kreis drehen. Das ist gut. Bis einem Kotzübelwert immer. Ich habe einen Laser, Mann. Einen Laser. Ihr habt keine Chance. Ich weiß nicht, wie fällt die Waffe? Auch wenn ich das Gefühl habe, die ist ein wenig unterpowered. Aber das ist die stärkste Woche im Spiel. Auch deswegen kommt die immer so schwach vor. Das ist schön, wenn das Ding noch stirbt. Ja, ja. Oh, ja. Oh, habe ich Gott, habe ich jetzt viel nicht rum. Aber es hält halt nur grenzte Zeit. Was ist denn Grafgon? Wo kommt es her? Ah, da. Es ist keine gute Idee, auch Vollbild zu machen. Äh, äh, Fensterbonus. Wenn man gerade aufnimmt und so. Äh, 13. Von hinten kommt da auch einer. Sagt mir das doch mal jedem. Nicht. Äh, es ist so hell. So, ruhe jetzt hier. Ich habe einen Laser und einen Nachbrenner habe ich auch noch. Ich habe da eben was rotes. Wahnsinn. Jetzt speichere ich. Was? Ich habe keine Munition mehr? Fick dich. Sind jetzt auf einmal alle hin? Ich habe doch eben noch Nachbrennen und alles aktiv. Moment, bleibt es aktiv, wenn ich? Nein, es ist scheinbar nicht mehr aktiv, wenn ich lade. Oder wie sehe ich das jetzt? Doch, hier ist es aber aktiv. Er stürzt gleich wieder ab. Ach, komm schon. Na, endlich ist es abgestürzt. Hat er lang genau so. Geht er mal gar nicht hier. Geheimnis entdeckt. Wo auch immer. Wie? Es ist automatisch alles leer, wenn ich... Was soll der Scheiß? Seit wann ist das denn? Ist das irgendein Bug oder was? Doch Munition. Irgendwo muss es noch Munition gelagert haben. Hoffe ich. Munition. Toll. Das war doch beim letzten Mal doch nicht so, oder? 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 Wie? Habe ich hier irgendwas in die Luft gesprengt, das mir... Ah, Geheimnis entdeckt. Sexbrick. Was wundert, wenn man mir das sagen will. Ach ja. Okay, das ist einer. Den kann ich so ausschalten. Hoffe ich. Wer bringt da mir Munition für meinen Laser? Nö, aber er bringt mir doch. Er bringt mir Munition für meinen Laser. Das ist aber nicht nett, was ihr hier veranstaltet. Das muss ich jetzt schon auf euch schießen. Dann sterbe ich halt. Willst du jetzt auch mal sterben? Mann. Geht ja gar nicht hier. Du hast mal ein Laser. Du hast ein Laser. Ja, so will ich doch, dass ich einen Laser habe. Und Munition. Munition. Dann habe ich doch. Wiederholen mich nicht dauernd. Mag ich nicht. Jetzt muss ich die auch lasern. Oh, ich habe einen Laser. Einen lila Laser. Voll weggeblasen. Ich habe ihn ordentlich geblasen. Also weg. Also ihn. Ich kann es einfach. Äh, stirbst du mal bitte? Ach, zur Hölle! Ganz locker, Jungs. Ganz locker. Ich lade nochmal. Ganz locker lade ich. Locker flockig, muss ich sagen. Alter, ne? Was auch immer das eben macht. Das hat mir doch gar nichts gemacht, oder? Ja, ich bin nämlich schlauer als ihr. Ihr seid dumm. Ich bin schlau. Hö, hö, hö. Hö. Ich weiß, dass 3x3 33 ist. Oh, oh. Was schießt denn das? Transpuls am Arsch. Das war was völlig anderes. 100 Pro. Ich hatte da eine Panzer noch nicht getötet. Stirb, Panzer. Stirb. Stirb. Ja. Ich habe einen Laser. Hier nicht. Ihr habt eine schwule Feuerbälle. Ihr habt eine Bälle. Ihr seid Frauen. Was zur Hölle schießt der denn da auf mich? Hat er auch einen Laser? Ich glaube schon. Nein, der hat Transpuls. Drecks. Bums. Dings. Oh Gott, war das so gut? Ich glaube, ein extra live. Ja, aber... Spawner ist einfach so ein Arsch. Was ist denn das überhaupt? Hallo? Ach, das ist Stalf. Stalf ist das. Dann ist es trifft mich trotzdem noch. Ah, ah, und eine Rakete. Ich bin so gut. Okay, okay. Ich muss erst nochmal rausfliegen, sonst funktioniert es Stalf nicht. Tolle Schichte. Okay, jetzt will ich mir das Ding. Und das Ding. Nein, will ich nicht. Ich habe meine Wache. Ich bin doch gestelft. So schießt du auf mich. Hör auf, auf mich zu schießen, wenn ich gestelft bin. So treffe ich dich irgendwie nicht. Oh Gott, noch mehr Gegner. Ich bin nicht mal lang gestelft. Soll ich also langsam mal ein paar töten davon. Ich bin nicht mehr gestelft. Ich habe ein Geheimnis im Deck übrigens. Ja, ich lese noch, während ich hier... Nein, ich habe mitgenommen. Ich komme wahrscheinlich gleich noch mehr Gegner. Was schießt sie zuerst tot? Soll ich das Ding, das mir folgen kann. Haha, perfekt. Wie ich es einfach nur drauf habe. So gut. Was ist da noch drin? Eine Explosion. Kennt man ja, ne? So. Munition. Mal die Fresse. So, ich gucke mal auf meine Mini-Map. Dingsbong. Ah. Jetzt hier bald mal raus. Hinter mir ist Zielerfassung. Öffnungsschall dessen. Deine Mutter kann Öffnungsschall dessen. Ich muss erst mal töten. Ich muss erst mal was lasern. Komm. Ich komme wieder zurück. Warum soll die auch nicht wieder zurückkommen? Ich kann da natürlich nicht durchschießen. Aber warum auch? Nitro? Und da Raketen. Jetzt sitzt der immer wieder da. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Laser deaktiviert? Nein, ich will mal Laser nicht deaktivieren. Ich glaub's aber selbst nicht So mach ich das mit meinen Leuten, die ich nicht mag Oh, ich möchte rollen Das war voll nicht in Ordnung, dass ihr mich aussperrt Das ist Diskriminierung Bevor ich anders bin als ihr Das ist voll nicht in Ordnung Die Dinge sind so scheiße, das sind einfach zu wenige Ich bräuchte 10.000 davon Ah, 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 stirb Dummer Klo Aus, äh, zu sagen, 40 in dem Fall wahrscheinlich Oder kam das danach raus? Keine Ahnung Oh Gott, nein, 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 Ich hoffe, sie selbst ist heute Räume, ich verlasse. Langsam, ganz langsam, ganz schnell. Ich habe schon ein Stück gefunden. Mach mal auf. Sesam, geh mal ein bisschen mehr auf. Geh mal ein bisschen auf. Sesam, öffne dich ein bisschen.